Totos Tutorial präsentiert wie immer den nachfolgenden Werbespot. Vor ein paar Tagen Platz 21 und jetzt nur noch Platz 32. Deshalb stimmt für unsere Schule beim Spalner Spendenwettbewerb ab, damit wir am Ende nicht untergehen. Jetzt abstimmen! Einfach QR-Code scannen oder dem Link unter dem Video folgen. Vielen Dank! Spalner Spendenwettbewerb Spendenwettbewerb